Leute, wir haben es geschafft. Das Cloudfunding ist erledigt. Wir sind erledigt von so viel Zuspruch, Unterstützung von euch, so viel Liebe, die uns die letzten zwei Wochen getragen hat. Und wir hatten heute ein wundervolles Record Release Konzert. Vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war unfassbar. Es ist so toll. Per und Tommi mussten leider schon los. Ihr merkt, wir sind auch jetzt alle schon so ein bisschen hinüber. Wir haben diese Show heute gespielt und es bleibt nicht viel zu sagen, außer Danke. Vielen, vielen, vielen Dank. Es war uns eine große Freude. Es waren tolle zwei Wochen und ihr habt uns wirklich für diese zwei Wochen getragen. Also auf euch. Dankeschön. Hier ist Sekt drin. Müsst ihr euch einfach vorstellen. Prost. Lasst es euch gut gehen. Dankeschön. Auf diesen Donnerstagabend Nacht. Cheers. Cheers. Danke Wunderfans. Cheers. Prost. Ihr seid die größten. Danke. Genau.